Would you take the place of this man? Would you take the news from his head? Eine außergewöhnliche Stimme, viel Gefühl und Texte, die das Herz berühren. Der Sänger und Songwriter Jeremy Camp kommt nach Deutschland. 10. Juni Berlin, 11. Juni Heilbronn, 12. Juni in Mindeln. Infos und Tickets unter jeremycamp.de Jeremy Camp